Wo finden wir denn jetzt hier... Die kann man ja nochmal wegmachen. So, ein Totem fehlt uns noch. Das sollten wir ja hinkriegen. Da haben wir eins. Top. Gut. Komm, geh fast. Danke. Ja, mach mal. Oh, ja okay. Das könnte ein bisschen zu lange dauern, wenn er das alleine macht. Zack. So. Dann haben wir den Bereich ja auch fertig. Wolfshunger. Ist das jetzt ein neues Quest? Achso nein, da müssen wir füttern. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu Nummer 3. So, da joggen wir jetzt mal eben kurz hin. Und dann ist es gut. Dann machen wir nämlich jetzt erst das Quest hier fertig, ne? Genau. Weil dann können wir uns hier auch gleich noch... Weil da wurde ja noch ein neues Quest angezeigt. Hm. Genau. So. Können wir uns hier jetzt direkt noch das nächste Quest holen. Dann machen wir die... ...hoffentlich gleichzeitig. Armer Jodri. Er und ich haben im Wald nur nach Kräutern gesucht. Als diese bestialischen Wölfe auf uns zukachen. Ich bin hier ran. Doch Jodri war zu lang. Die Wölfe haben ihn gefressen. Während diese Wolfsmenschen noch gelacht haben. So. So. Ich halte eigentlich nicht viel von Rache. Aber ich wette Jodri hätte diesen Hunden gerne eine Lektion erteilt. Na kein Thema. Riech so halt. Sammelt Gewürzwurzel, gepunktete Pilze und rotbraune Blätter in dem Gebiet südlich von hier. Und gebt sie in einen der Kochtöpfe der Jäger. Der unglaubliche Duft sollte die Ogre aus ihrer Höhle loppen. Und sie werden alles in ihrem Weg zermalmen. Okay. Hat jetzt einer aufgepasst, was wir machen müssen? Äh. Erstmal. Ja, kümmern wir uns gleich drum. Erstmal machen wir jetzt jeder Ding. Ja, komm 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 rein. Mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. So ist gut. Ich glaube wenn der kleine Ding kaputt hat, kriegt er da mehr für. Oder ist das eigentlich egal. Däsch weiß ich nämlich jetzt grad gar nicht, aber das ist ja eigentlich auch relativ bumms. So, das haben wir auch gemacht. Und festmal. So noch jetzt. Müssen wir da irgendwie Sachen suchen. Achso. Hier liegen die rum. Okay. Gut. Und dann geht er da auch hin. So wollen wir das sehen. Haben wir. Dann haben wir hier. Wo bist du denn? Okay. Okay. Die Missionen sollen aufhören. Seid ihr. Seid ihr eine der Alpträume. Ja, so kann man das auch machen. Dann einmal so ein Ding hier da sammeln. Und dann ganz geradeaus zu müsste da hinten noch was sein. Ja gut. Das war jetzt anders geplant. Das war aber ganz anders geplant. So. 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 Glück gehabt. Das machen wir auch. Das hier nehmen wir natürlich noch mit. Alles nehmen. Sehr gut. Ähm. Das müssen wir da irgendwo da auch runter. So. Immer noch Hose. So. Sehr gut. So. So. Was ist denn jetzt mit der O-Goss? Sind die schon down? Okay. Geht er mal her, Kleiner. Ja, das macht aber schon ziemlich fett Auer, wenn die ein Auer wird. Alles nehmen, dann können wir jetzt wieder zurück reiten. Und dann auf Wiedersehen. So, dann können wir jetzt wegbringen. Dann können wir die nächsten Quest jetzt auch wieder abschließen. Sehr gut. So soll das sein. Ja, dann sprich doch auch, danke. Ohne die Totems hat die Verderbtheit der Grauswürfe vielleicht weniger Eifel. Okay, auf Wiedersehen. Und die Nummer wird anbieten. Es gibt keinen besseren Jahr. Vielen Dank, Fremder. Nicht viele würden sich so sehr anstrengen, nur um hungrige Wölfe zu füttern. Ihr habt meinen Dank und auch den meiner Wölfe. Die Wege des Schlachtvaters sind verloren. Aber vorher? Lade. So. Tschüss. Sehr gut. Oh, Stufe 12 freut mich natürlich, weil dann gehts weiter. Ja. Top. Danke, dass ihr die Hals gemacht habt. Kein Thema. Wie ich euch bereits sagte, war es ein Schamane, der eure Ankunft vorausgesagt hat. Nun, da ihr Stärke und Mut unter Beweis gestellt habt, ist es an der Zeit, dass ihr ihm gegenüber tretet. Mhm. Da haben wir. Folgt dem Pfad nördlich des Lagers der Abgeschworenen zum Jägerpfad. Machen wir. Kein Thema. Es ist easy für uns. Achso, dann müssen wir wahrscheinlich später noch da rein und da rein und dann dahin, 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 dahin. Top. Rüh. Rüh. Die Grauwölfe in leưỡöl, die Schamane, die größten dei middle- of the blood glasses sch manufacturing. So, geben die Sac родители. Hör mech her unter den Wölfen doch sehr allein. Quatsch. Herr Quatsch. Er inspiresene Grauwölfe in der Höhle der TanzatischePauligdomen. Idee. Äh, der Grauwölf ... ... Die hier gibt void. Die Banditen, die sich in den Sintkaruinen im Westen verstecken, zeigen keinerlei Respekt gegenüber den traditionen ausgarten dringen in unsere heiligen städten ein und nehmen sich was sie wollen sie müssen für ihre vergehen bestraft werden nehmt den weg südwestlich des heiligen teichs und überquert die brücke zu den sind karo in teile den banditen eine lektion machen was sollten reinkriegen er war klar aber links aber rechts darüber freue ich mich echt da kann ruhig noch viel mehr da kann ruhig noch viel mehr von kommen brauchen wir keine schlüssel für das ist ganz cool so können wir da gar nichts machen jetzt kommt die vielmehr das ist okay da kann ich mit leben dann halt nicht dann bringen wir das jetzt bringen wir das nee wir bringen jetzt nicht zurück wir machen uns erstmal auf den Weg zu Quest Nummer 2 und 3 die machen wir jetzt zuerst und dann bringen wir dann eine weg und dann gucken wir weiter so klingt wie ein Plan finde ich andererseits könnte man das doch jetzt wegbringen aber nö 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 machen wir schon gleich alles gut alle auf einmal so will ich das sehen oh ja und am besten jetzt hier runter hüpfen dann sind wir direkt wieder down oh schön 500 Banditen oder Piraten getötigt sehr geil dann haben wir ja den nächsten Erfolg ne das lass ich sonst falle ich dann wieder runter und dann sind wir wieder im Arsch ne ne das muss ich jetzt nicht haben jetzt müssen wir jetzt zwölf Banditen töten und noch irgendwas anderes machen ok das sollte nicht das größte Problem sein zapp dankeschön hm das freut mich aber ja gut das hat mich jetzt eher weniger gefreut aber auch egal ja da ist ja auch innerhalb von drei Schüssen wieder down sehr gut das mitnehmen das mitnehmen ähm ok ich finde man hätte hier ja zumindest mal ähm nicht so einen Aussichtspunkt hin machen können oder? dafür dass wir uns jetzt hier schon rumtreiben warte ich jetzt für ein Geräusch ok da kommen wir nicht weiter ja dann müssen wir da oh nice dann müssen wir da wahrscheinlich irgendwann anders noch rein beschädigt ok ja gut ich würde aber auch ganz gerne bald ohne Scheiß mal ähm äh ich hasse einen Spinn ich hasse sie so sehr ähm ähm oh cool ähm ich würde halt ernsthaft gerne bald mal ähm so ein Foundry ausprobieren also nicht ausprobieren mit machen weil das haben wir ja schon bis öfteren sondern ausprobieren mal eins zu erstellen das würde ich da noch aufnehmen dann könnte man mal so gemeinsam gucken weil einer guckt ja zumindest ab und an hier mal so ähm ähm ja aber das würde ich halt ganz gerne bald vielleicht dann auch mal machen müssen wir mal gucken wie schwer wie einfach das wird mal gucken vielleicht kriegen wir da ja mal was gebacken muss aber noch mal eben fixen Schluck schicken schicken oh pop mal for the wind dann identifizieren 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 Ich wollte doch nirgendwas nachgucken. Achso, ja genau. Gefährte. Stufe 14. Ausbildung beginnen. Okay, nein. Rufen. Ja, dann machen wir jetzt mal, dass Peter ein paar Erfahrungen kriegt. Joa.